Okay, dann würde ich mal sagen, wir sind wieder da bei Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney. Dein Einsatz! Juhu! Vor der Aufnahme die ganze Zeit schon. Ich mach nichts anderes als Juhu drücken. Ja, ja. So, bevor wir hier mal weitermachen... Moment, wir wollten doch gerade sagen, wir machen weiter. In der Tat, weil es dazu beiträgt, die Wachstumsphasen der Haarwurzeln zu verlängern. Jetzt haben wir einen Sound für, wenn in der Tat kommt. In der Tat, weil es dazu beiträgt, die Wachstumsphasen der Haarwurzeln zu verlängern. Was, der Sound? Ja. Okay, nein, was ich eigentlich sagen wollte. Und zwar... Juhu! Ja, das nicht. Ich nehm dir die Macht gleich wieder weg. Juhu! Nein, was ich sagen wollte. Ich war heute... Welches ist denn jetzt der richtige Spielstand? Ach, der mit dem... Ich hab doch keine Ahnung. Ach, der mit der höheren Zeit. Der mit mehr Stunden wahrscheinlich. Ja, genau, genau. Nein, was ich sagen wollte. Und zwar, es gibt ja so gewisse Vorurteile über Leute in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die seien, was weiß ich, ungepflegt, die meisten davon. Und die... Die... Nein! Spiel das nicht ab! Mach ich doch gar nicht! Du hast schon wieder einen Sound ausgewählt. Das kannst du machen, wenn ich fertig bin. Ja. Und zwar... Ich kann das machen, wenn du fertig bist. Juhu! Ja. Nein, und zwar, ähm... Ähm... Wie soll ich sagen? Heute, als ich mit der S-Bahn gefahren bin, da hab ich jemanden, äh, gesehen, der dieses Klischee bedient hat. Aber wahrscheinlich auf sehr unfreiwillige Weise, denn er hatte ein T-Shirt an. Da stand ein Wort drauf und das wurde teilweise von seiner Jacke überdeckt. Und das sah dann so aus. Danke, dass du diesen Sound dazu gespielt hast, Mark. Und jetzt kommt wieder... Nein? Och Mann. Das ist gemein. Puh. Juhu! Ja, da freust du dich. Juhu! Das war ich. Okay. Machen wir mal weiter. Ach so, übrigens, genau. Nee, noch zu dem T-Shirt. Deine, ähm... Erste Assoziation, was das Wort eigentlich war, war ja Assassin's Creed. Richtig. Dabei stand da Passion, glaub ich, würd' ich sagen. Ich weiß es nicht. Ich hab nur Assi gelesen und dachte, das muss Assassin's Creed sein. Assi in Screed, ja. Assi in Screed. Vor allem Assi-Creed. Die Hartz-IV-Version von Assassin's Creed. Ja, aber das war deine erste... Ja, man klettert am Arbeitsamt hoch und so. Aber ja, das war deine erste Assoziation dabei. Okay. Also... Oh Mann. Great. Now let's get back to the game. Ja, das sollten wir wohl. Oh Mann. Juhu! Juhu! Es geht weiter! Oh nein, 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 nein. Vor... Vor drei Monaten wurde der Alchemist, der hier lebte, ermordet. Und jetzt sind wir es, die in Schwierigkeiten geraten sind. Weil drei Monate... Vor den Augen einer erschrockenen Maya lag dort der Professor, gänzlich aus Gold. Juhu! Hey, du solltest das abspielen. Es geht hier nur vor sich. Ich dachte, Herr Layton hätte ein Treffen mit dem Schöpfer. Moment, ähm... Das klingt auch ein bisschen martialisch. Hm? Das klingt auch ein bisschen martialisch. Herr Layton hat ein Treffen mit dem Schöpfer. Ja. Mit seinem Schöpfer, ja, ja. Ich meine, jetzt ist er auch aus Gold und, naja, sein Arm ist ab. Ja, der Schöpfer dachte sich... Finish him! Und was hat er ihm dann... Ja. Angetan? Ja, angetan. Na, einen... Fatality! Das war... Das war... Nein, das war... Ah, weißt du, das war der neue Mortal Kombat Kämpfer Midas. Und als er gewonnen hatte, dachte er sich... Juhu! Oh Mann. Und er dachte danach an... Kleine Höhnchen. Köstritzer Schwarzbier. Ich liebe es! Juhu! Wir sollten echt mal... Äh, ja, genau. Ähm, wir sollten mal so... Great. Now let's get back to the game. Now let's get back to the game. Zwei dumme... Ein Gedanke. Verhext. Du darfst gar nicht mehr sprechen. Aber du darfst noch Sounds abspielen. Ich muss auch gar nicht mehr sprechen. Ich kommuniziere nur noch über Sounds. Ja. Juhu! Okay, also Layton hat seinen Schöpfer getroffen. Oh, jetzt musst du vorlesen. Und zu allem Übel, man wirft jetzt Maya vor, eine... Jetzt kommt meine... Pässe! Moment, Moment. Meine Idee war jetzt gewesen, dass wir jetzt, ähm... Stimmen nehmen, die du... Sowieso gesprochen hast. Für diese Sachen. Für das Rote würde ich sagen Clarence. Kannst du noch Clarence? Ich weiß nicht mehr. War Clarence so? Ja, Clarence war so. Ich glaube schon. Ja. Ja. Zu allem Übel... Man wirft jetzt Maya vor, eine... Hexe! So sein. Ja, ja. Und ich würde sagen... Haben wir das als Sound? Ja? Nein. Ach, das waren wir ja selber, das Gerhard. Ja. Das können wir auch selber machen. Ja, ja. Maya. Maya. Ich hab den neuen Sound. Oh, fürs nächste Mal. Maya. Oh ja, von Willi. Hm? Mit seinem kleinen Willi. Ähm. Ähm. Okay, äh, wir sind wohl wieder im Gerichtssaal. Tau ein Mist! What? Tau ein Mist! Ruhe! Ruhe! Der seid ihr übel. Entschuldigung, aber die Lacher, die mussten jetzt dazu. Weil er mal wieder Ruhe sagt. Ja, das ist... Klassiker schon. Ja. 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 Jetzt geht's wieder übelst ab mit den Sounds. Das gibt's doch nicht. Ja. Wir kommen gar nicht zum Spielen, aber ich würde sagen, great, now let's get back to the game. Ach, wer seid ihr überhaupt? Das ist der Mario! Mach den Mario-Swing! Ja. So, okay, ähm. Ach ja, wir hatten ja auch mal Jonathan Frakes jetzt mit drin. Juhu! Hier, Moment, ich, 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 ich fühl ihn mal vor. Moment, äh. Wie war denn das? Ach, der hier war's. Ihr Jonathan Frakes. Vor allem, es gibt ein Video auf YouTube, wo er das die ganze Zeit sagt. Aus jeder Folge. Aus sämtlichen Folgen zusammengeschnitten. Ich bin Jonathan Frakes. Mein Name ist Jonathan Frakes. Ihr Jonathan Frakes. Ihr Jonathan Frakes. Ja, gut, ähm. Wer, wer war denn der Wucher? Du. Ich? Ihr wollt wissen, wer ich bin. Ich bin Wucher, der Pfandleiher. Und dieser Kerl ist ein schamloser, betrügerischer Lump. Er hat es gewagt, mir ins Gesicht zu lügen. Und noch was anderes ins Gesicht. Höhöh, Emi. Juhu! Was meint ihr damit? Oh, das erzähle ich euch liebend gern. Am Tag des Verbrechens kam Vidi an. Äh, übrigens, äh, Vidi an. Moment, ist das nicht, ist das nicht, ist das nicht, ist das nicht. Das ist der Bruder von Vidi aus. Genau. Ne, aber Moment, wie hieß denn denn der, der Zauberspruch nochmal? Vidi aus. Stimmt. Und Vidi an. Darum sag ich's ja. Ja. Ich mein, der hat nur einen Buchstaben anders zu dem anderen Zauberspruch, bei dem man wieder sichtbar wird. Ja. Ach, übrigens, genau, für alle, die sich gefragt haben, warum Marc in der letzten Aufnahme nicht zu sehen war, die Kamera von ihm hat auch Vidi aus benutzt. Oder eher Vidi aus. Ah, Karlauer. Aber im Ernst, ich weiß gar nicht, äh, nee, Berliner. Ich weiß gar nicht, ähm, woher, ähm, also wie das sein konnte, weil, also ich hab's nicht ausgemacht, ich hab auch nicht bemerkt, meine Aufnahme sah eigentlich normal aus, jetzt so von, wie ich hier so sehe. Ja, ja, keine Ahnung, es war auf jeden Fall dann, 15 Minuten waren weg, da hab ich mir gedacht, naja gut, machst das die ganze Aufnahme über weg. Ach, übrigens, was ich da gerade... Guck, leider, ich hab mich halt am Ende der... Was? Was ich da übrigens gerade ausgetrunken hab, war ein schönes... Köstritzer Schwarzbier. Juhu! Doping für die Haare. Köstritzer Schwarzbier, Doping für die Haare. Juhu! Juhu! Okay, ähm... Ich mein, um nochmal zur Aufnahme zurückzuletzen, wo ich dann weg war, es war schade, weil ich mich halt, äh, am Ende ausgezogen hat, leider sah man das dann nicht. Juhu! Oh, nicht mal ich hab's gesehen. Du hast mir gesagt, die Leute wollen erotische Bilder von uns? Ja! Gott, ey, was man alles... Wehe, du rückst die raus! Ja, ja, stimmt. Äh, das, das würde ich nie tun. Keine Sorge. Ähm, nein, wirklich, es ist merkwürdig, mit was man so zugetextet wird, wenn man einen Livestream macht. Ach, im Livestream hat das jemand gesagt. Ja, äh, da hab ich mal die Kommentare so nebenher laufen lassen. Da wollte da jemand erotische Bilder von uns. Ja gut, ich hab hier schon ein sehr weit ausgeschnittenes Shirt, also von daher... Vielleicht reicht das schon. Vielleicht sitzt jetzt wirklich jemand vor dem Video und sagt... Juhu! Wenn es denn auch hier ankommt. Und ich's nicht rausschneiden muss. So, okay, ähm... Äh, 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 was, was, was... Ach so, ehrbares Geschäft. Hm, er kam zu mir geschlendert und meinte, er hätte da etwas für mich. Ein herrliches Kunstwerk. Ja, eine echte Rarität. Ich glaube, ich weiß, was gleich kommt. Ja, der Arm aus der Metal Gear Solid Collection. Hehe. Dieses... Juhu! Das meint ihr etwa? Hm, oder nehmen wir... Ach, Moment, Nordmann war ja deiner, eh. Ne? Eigentlich haben wir den mit diesem Video gewesen. Da muss ich mir jetzt was anderes ausdenken für die Gänsefüßchen. Ha! Hm, gibt's ne... Hier klingt so lang was. Ich glaube, ich nehm den Derringer. War das der betrunken, ne? Yep! Hm, hier ist es! Im Maßstab 1 zu 1. Und schade, dass es wirklich dieser Finger ist. Hahaha. Das wäre cool, wenn man das Spiel jetzt modden könnte, dass es noch andere Möglichkeiten gibt. Hahaha. Ah. Stinkefinger, Metal... Ähm, Trekkie-Zeichen. Hahaha. Keine Ahnung, was gibt's noch? Egal. Ähm, Daumen hoch. Daumen hoch. Daumen hoch. Ja, ja, genau. Oder diesen hier, was weiß ich. Hm. Ich wusste es. Das ist doch... Meine. Professor. Hahaha. Seine Professor? Was ist das denn? Es ist der Arm des Professors. Der lange Arm des Gesetzes. Juhu! Was willst du eigentlich abspielen? Ich wollte eigentlich... Juhu! Ah, hab ich nix ausgewählt? Doch, hast du. Es ist Juhu ausgewählt. Gut. Der Arm des Professors. Juhu! Juhu! Es ist... Köstritzer Schwarzbier. Das flinst. Juhu! Tue immer mit deinem Juhu. Ich will mal ein anderes suchen, was ich mal abspielen kann. Ja. Genau. Pures Gold. Hervorragende Handarbeit. Der Titel war... Auf der Suche... Ne. Auf in die Zukunft. Oh Gott. Soll ich ne Dominika... Ne betrunkene Dominika. Betrunkene Dominika. Auf in die Zukunft. Oh Gott. Oder dergleichen. Hm. Ich fand Bondage Dominika auch nicht schlecht. Okay, nehm mir wieder Bondage Dominika. Ich habe noch nie zuvor Gold von derartiger Qualität gesehen. Und es ist... Weil er es angelegt hat.